Oh, wow. Die Muppet Show wird im Disney Channel zu sehen sein. Und zwar alle 120 Folgen. Jetzt muss ich nur noch schnell den richtigen Kanal finden. Das ist ganz einfach, Kermit. Ja? Klar. Schalt einfach den Fernseher ein. Okay. Äh, wahrscheinlich hier. Okay, erledigt. Was jetzt? Und jetzt geh auf die Frequenz, auf der bisher das vierte lief. Das vierte? Äh, okay. Ähm. Ja. Versuch, den richtigen Kanal zu finden. Alles klar. In Ordnung. Das vierte. Na, wollen wir mal sehen. Nein, nein, nein. Das ist es nicht. Ähm. Das wohl auch nicht. Ähm. Das wahrscheinlich wieder mal auch nicht. Ähm. Ich... Na mal sehen. Das hier. Wie mein Daddy immer... Oh, ich hab ihn gefunden. Du hattest recht. Es ist total einfach. Hab ich doch gesagt. Alle Infos zum Disney Channel und wie ihr ihn findet, gibt es unter disneychannel.de Ha. Wow. Was für ein netter Kerl. Ich wünschte nur, ich wüsste, wo er steckt. Also denkt daran, die beste Methode, den Disney Channel immer wieder zu finden, ist einfach niemals umzuschalten. Und verpasst nicht die Muppets. In der Muppet Show. Nur hier im brandneuen Disney Channel. Großartig. Was glaubst du, ob das beabsichtigt war? Also gibt es noch nicht die Muppets. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020